Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Botschaften und Energien von Meister Merlin, Erzengel Metatron, Meister Hilarion, El Moya und Senat Kumara zum Portal am 05.01.2024 und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Kosmos, um diese Botschaften noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir davon einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen tief hinein in Mutter Erde und wie du bei diesen Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, Atme in dein Beine, lass die Energie von deinem Becken in deine Webelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiter fließen von deinem Herz in deinen Hals, von deinem Hals in deinen Kopf und darüber hinaus in den Kosmos. Verbinde dich mit der Sonne, mit der Zentralsonne und spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren in deinen Lichtkörper bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und spüre, wie sich in deinem Herzen die kosmischen und irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, wie sich in deinen Chakren, Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen. Und dann behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakrablüten öffnen und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe die Energie aus Mutter Erde und aus dem Kosmos einfließt auf deine Chakrablüten. Die verschiedenen Schichten deiner Chakren, von Chakra zu Chakra, in deine Aura und ihre Schichten, dein gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe. Und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder, atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Und vielleicht spürst du schon die Präsenz von Meister Merlin, der jetzt zu dir sprechen möchte. Dies ist ein Teilaspekt von Merlin, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven Channeling, welches sich synchronisiert mit den verschiedenen Schichten um Planet Erde und den irdischen Gefühlen auf besondere Art und Weise. So kann es sein, dass es jetzt wichtig ist für dich in deinem Lichtarbeiter, Heiler oder Medium sein, eine neue Stufe zu erklimmen, in diesem Prozess im Aufstieg vom Planet Erde jetzt neue Gegebenheiten für dich selbst zu erkunden und neue Aufgaben zu diesem besonderen Portal zu empfangen. Bis zum 06.01.2024. So ist es ein zweigliedriges Portal, welches du jetzt durchschreiten kannst, um auf besondere Art und Weise neue Botschaften des neuen Morgens zu empfangen. Und dich darauf auszurichten, dass alles, was jetzt in dein Feld kommen mag, bis zum 06.01.2024 Botschaften und Leitlinien sind für das Jahr 2024. Vielleicht möchtest du dich mit meinem Aspekt verbinden und in deiner magischen Arbeit eine neue Energetik, eine neue Perspektive erzeugen. Dies meint, verschiedene andere Tools für dich zu nutzen und die Magie auf einer oberen Perspektive übergeordnet für die Heilung von Mutter Erde und die verschiedenen Geschöpfe auf ihr jetzt einsetzen, falls es dein Wunsch ist. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen oder insbesondere zu den nächsten Tagen verschiedene Symboliken, Kristalle oder übergeordnete Matrixstrukturen für dich erreichbar sein, dies dir erleichtern, in deinem Prozess voranzuschreiten und in der Heilung deines Körpers, deiner Bewusstheit oder die Heilung eines anderen Menschen, eines anderen Energiefeldes jetzt eine neue Energetik zu erzeugen. So werde ich an deiner Seite wandeln, um dies zu unterstützen auf besondere Art und Weise und es dir erleichtern in diesem Prozess mit den verschiedenen Kräften, wie beispielsweise die Drachen, die Einhörner, die Devas, Elben und Elfen, die verschiedenen Elementarreiche und Naturwesen jetzt noch leichter zugänglich zu finden über die verschiedenen Ebenen und in einer höheren Frequenz im 14-dimensionalen Herzbewusstsein, welches du möglicherweise jetzt für dich intensiver spürst in deinem Herzen und dich darauf ausrichten kannst, diese Herzfrequenzen zu integrieren in deinem Sein. Spüre, wie dich dein Herz öffnet wie eine Blüte und jetzt die Energien fließen können, die dich in dieser Herzöffnung und Veränderung deines Seins aus deinem Herzen heraus unterstützen können. So ist es ein Aspekt, dass ich für die Leichtarbeiter immer präsenter werde auf den verschiedenen Schichten und verbinde mit den übergeordneten Ebenen der verschiedenen Erzengel und verschiedenen Energien aus den Eloche-Muzera-Filmen. Die Zusammenarbeit zwischen meinem Aspekt und diesen Gefällen wird im Jahr 2024 intensiver und noch auf einer höheren Ebene gepusht, in dem Sinne, dass die Tugenden und Mächte anders in Erscheinung treten werden auf Planet Erde in Verbundenheit mit den Elementarreichen und Naturwesen, kannst du dich jetzt mit dieser Energetik verbinden und spüren, wie die Energien von Erzengel-Metatron zu dir gelangen, während Erzengel-Metatron jetzt direkt zu dir spricht. Dies ist ein Teil der Aspekt von Metatron, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem Channeling mit einer hohen Frequenz, dich anbindet an die Erzengel-Frequenzen und die verschiedenen anderen Engelsfrequenzen, die jetzt für dein Sein wichtig sind. Möglicherweise möchtest du mit der 7. Frequenz arbeiten und dich einstimmen auf die verschiedenen Ebenen und Schichten, die mit dieser Frequenz verbunden ist. Eine neue Ebene kann sich dir öffnen und wird im Jahr 2024, insbesondere für alle Lichtarbeiter, die mit den Engelsfrequenzen intensiv verbunden sind, jetzt eine neue Frequenz erzeugen und über die Tugenden und Mächte, die Seraphim und Elohim, neue Portalsöffnungen möglich sein, insbesondere ab dem 15.02.2024 bis zum 28.11.2025. In diesem Prozess der Transformation der Engelsfrequenzen ist es vielleicht für dich wichtig, diese Integration der Frequenzen neu zu spüren und dich in den nächsten 14 Tagen auf dem Empfang dieser Frequenzen zu konzentrieren, in einer Meditation, die du täglich vollziehen kannst, um die Engelsfrequenzen noch auf einer höheren Ebene für dich zu spüren, noch auf einem höheren Aspekt. So kannst du spüren, wie die Energien fließen und es dir erleichtern, in dieser Frequenz zu schwingen, wie die Erzengel in ihrer Einzigartigkeit und übergeordneten Strategie und Struktur den Planeten Erde beschützen und begleiten, auf den verschiedenen Schichten, verbunden mit den aufgestiegenen Meistern und Lichtwesen. So wird es Meister Hilarion jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist dein Teil Aspekt von Hilarion, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven Channeling, welches dein Herz öffnen, reinigen und klären kann und dich in 2024 verbindet mit der großen Herzfrequenz der verschiedenen Aspekte von Liebe und ihren bedingungslosen Aspekten. Möglicherweise wirst du in 2024 erkennen, wie Bedingungslosigkeit in deinem Sein, insbesondere in Bezug auf die Liebe, ausschauen mag und du dich in dieser Frequenz verändert vorfinden wirst in deinem Sein. Vor allem die Ausrichtung aus deinem Herzen heraus, Liebe auszusenden und zu empfangen, könnte für dich zu diesem Portal, aber auch im gesamten Jahr 2024 wichtig sein. So kannst du spüren, wie die kristallinsmaragdfarbenen Frequenzen verbunden mit Magenta und Blau sich jetzt in deinem Energiekörper verbinden, um eine neue Frequenz zu erzeugen des All-Eins-Bewusstseins und der übergeordneten Energetik, die durch die Körper auf die Erde fließt und jetzt eine neue Verbindung annehmen mag. So ist das Verbinden der Körper nicht nur über ihre fleischliche und gewebliche Struktur ihrer Präsenz, sondern auch über das, was eben im ätherischen Sein vorhanden ist. Jetzt ein neuer Aspekt, der intensiver erfahren werden kann über die Feinfühligkeit deines Seins, über die Feinfühligkeit deiner Aura, über deine magnetische Anziehungskraft und Kräften, die möglicherweise sehr lange schon in deinem Sein schlummern und die du spürst, die sich jetzt zur vollen Entfaltung bringen mögen. Die Anziehungskraft, die du spürst und der du möglicherweise unterworfen bist und gleichzeitig sie aber lenken kannst in deinem Sein auf besondere Art und Weise. Kannst du spüren, wie diese Anziehungskräfte aus deinem Herzen heraus jetzt wirken, verbunden mit dem Magnetfeld von Mutter Erde, dem Herzschlag der Schumann-Resonanz und dem Kern von Mutter Erde in einer neuen Frequenz der Verbundenheit und der Verbindung des männlichen und weiblichen Aspektes, der Verbindung von übergeordneten und irdischen Strukturen, der Verbindung von kleinem und großen, von übergeordneten und in sich geschlossenen Systemen. So kannst du spüren, wie diese Frequenzen jetzt in deinem Sein sich verbinden und du das All-Eins-Bewusstsein aus deinem Herzen heraus in deinem gesamten Körper spüren und fühlen kannst, wie du vollkommener dich fühlst, sofern es dein Wunsch ist, dies in dir selbst zu integrieren. So wird El Moya jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist dein Teilaspekt von El Moya, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem Channeling, um dich intensiv zu verbinden mit der Energetik, des Vertrauens, der Kraft und des Mutes nun voranzuschreiten in deinem Sein und um die nächsten Schritte zu gehen, die notwendig sind, dein eigenes Herzbewusstsein so zu entfalten, wie es für dich angenehm ist. Kannst du die feinen Frequenzen spüren, die jetzt fließen, über die Aura des Herzchakras dieses Mediums in kobaltblauer Frequenz verbunden mit dem Aspekt von Hydra, einer Energetik, die die Wasserfrequenz in deinem Sein stärkt und es dir erleichtert, auch dich zu verbinden mit Lyra, Orion und einem Aspekt von Oktarien in einer höheren Frequenz. Spüre, wie diese Energetiken fließen und es dir erleichtern, auch die pleiadischen Energien in deinem Sein anders zu spüren und neue Energetiken zu erzeugen. So wird Orion möglicherweise jetzt für dich sehr wichtig sein, als ein Akasha-Sterntor, welches du durchschreitest, um Botschaften des Friedens und der Läuterung zu erfahren, in dem Sinne, dass du dich ausrichten kannst darauf, dass im Jahr 2024 all das zum Wohle deines Ganzen und des Gesamten geschieht, welches mit Mut und Zuversicht, Hoffnung, Frieden und Freude empfangen werden kann. Sofern es dein Wunsch ist, kannst du dich darauf ausrichten, diese Energetiken zu spüren und zu fühlen, wie du dich in dieser Transparenz dieser Energien, in dieser Frequenz von Verbundenheit und All-Eins-Bewusstsein jetzt wieder findest, im Zentrum deines Seins, im Zentrum deines Herzens, im Zentrum deines Körpers jetzt angekommen. Spüre die Energien, die magnetisch in deinem Herzen wirken und die ausstrahlen auf das Kollektiv in deiner gesamten höchsten Frequenz aus der Quelle heraus. So wird Sanat Kumara jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Sanat Kumara, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem hochfrequenten Channeling, welches sich ausrichtet, dich als Lichtarbeiter möglicherweise jetzt neu auszurichten in eine neue Frequenz der Erdheilung. Möglicherweise möchtest du jetzt die Erdheilung in deinem Sein verbessern oder integrieren in dem Sinne, wie du sie für dich selbst verstehst und wie du zum Wohles Ganzen dienen kannst, falls es dein Wunsch ist. Möglicherweise spürst du, wie die Erde pulsierend sich weiter in Richtung Aufstieg bewegt und die fünfte Dimension greifbar ist, so wie es für das Kollektiv angenehm ist. Kannst du dich darauf ausrichten, diese fünf- bis siebendimensionalen Schwingungen jetzt zu spüren und in einem anderen Aspekt deines Seins anzukommen. Hochfrequent und bewusst kraftvoll und in dir ruhen, kannst du diese Zeiten durchlaufen und dein Sein so integrieren in das Kollektiv, so wie es für dich selbst und das Kollektiv angenehm ist, in deiner gesamten Präsenz strahlen und jetzt als Lichtarbeiter, Heiler oder Medium eine neue Präsenz annehmen, sofern es dein Wunsch ist und zum Wohles Ganzen so zu wirken, wie es für die Erde und den Prozess des Aufstiegs angenehm ist. Kannst du spüren, was damit gemeint ist, während du dich einstimmst in die Energien, die jetzt fließen und neue Aufträge und Botschaften zu dir kommen, die Essenz deiner Seele sich jetzt in deinem Körper noch intensiver zeigt und du verbunden bist mit diesen Frequenzen, von jetzt bis in alle Zeit und Ewigkeit spüren kannst, wie du seelische Essenz bist aus der höchsten Quelle, höchste Frequenz, das Licht und die Liebe auf Mutter Erde kanalisierst und in diesem Kanal und Channel Sein dich jetzt neu ausrichtest in eine neue Frequenz des Lichtes und der Erleuchtung der übergeordneten Liebe und bedingungslosen Freiheit deines Seins, der bedingungslosen Liebe und der Freiheit deines Körpers, der bedingungslosen Liebe und der Freiheit deines Geistes in den verschiedenen Schichten, in den verschiedenen Aura, Chakra und Bewusstseinsschichten, in deinem gesamten Körper, in deinem gesamten Licht- und Energiekörper. Ja, das waren die intensiven und kraftvollen Botschaften und Energien der aufgestiegenen Meister und Lichtwesen und ich wünsche mir für dich, dass dieses Channeling dir dienlich sein mag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, und ich hier auf dem Kanal von Live Your Spirit. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.